ARD Text im Auftrag von Funk Also, Thea, das ist vielleicht ein merkwürdiges Gedicht, das ich hier gefunden habe. So ein Blödsinn. Was soll denn das heißen? Moment, ich lese das mal vor. Nein, lese mal vor, komm. Also, Trä... ARD Text im Auftrag von Funk Boing, boing, schna... Was denn? Was denn? Hallo, die, hallo, ihr. Hier ist zurzeit der Bier los. Ja, ja. Jetzt ist gerade... Der Bier ist los. Hier ist gerade... Nein, jetzt ist gerade Mittag. Aber gleich geht's wieder richtig los hier. Thea, wie viele Sekunden haben wir noch? Vier... Äh, vier... Drei... Äh, drei... Zwei... Zwei... Eins... Yeah! Draußen kreicht die Straßenbahn. Drüben grüllt ein Blödi an. Blöde lässt sich züberweiß sein. Über uns tobt ein Klavier. Der übt noch was. Nebenan. Ein Hundetier. Nicht noch, nicht noch. Ach man, unten dröhnt das Radio. Und das Wasser rauscht im Klo. In der Küche pfeift ein Topf. Und ein Hammer übt Klopf, Klopf. Doch uns macht das gar nichts aus. Denn wir sind ja nicht zu Haus. Tschüss! Das war übrigens ein Gedicht von Max Kruse. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 auf S& identified. untertitelnしょう schon. Bis zum Vierper ... Untertitelung des ZDF, 2020